jo leute und damit willkommen wieder zu spark challenge und nicht nur wieder zum bekloppen projekt komm ich kipp dir den beat nein will ich nicht jetzt wappen oh du bist ein ticker boi ist ja alles voll der kleine pick der hängt hier in den stein drin der kleine pick der kleine piki der packt echt durch den boden grad du bist krank ja das stimmt nein nein mein twang ist krank boah die gas ne ehrlich schon wieder so viel aufgetaucht hier erstmal zu machen damit ich ja nicht runterfalle ach mein stärketrank hat ja aufgehört zu wirken stimmt ja würde sagen ich muss das aber ja keine ahnung wann ich die wieder einschmeiß wenn du wieder ein bisschen mehr gegen hast oder wisse ich wurde mich gerade was macht der mit dem zombie pikmin alter ich dachte wollte mich angreifen weil wie gesagt ich habe mir diesmal nur drei stück mitgenommen ja hab ich auch und davon habe ich nur noch zwei obwohl die wisse kriege auch so leicht gekehlt also das problem sind ja immer nur die blaze schon wieder vor der tür stehen die kann so geil damit weg boxen ja toll aber nicht wirklich ich schieße die mal weg deswegen habe ich nur noch ein pfeil ja das ist weil du mehr schärfe drauf hast auf dein schwert nicht so wie ich wo kommst du denn her das habe ich gar nicht mitgekriegt nein 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 ich gehe schon wieder drauf ha 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 meil bitte dich hoch halt ich hab nur noch ein herz schade warum stirbst du nicht einfach wieder war die cars es geil ist wenn die zwei gleichzeitig curves machen das ist häftlicher untergekickt ja wo sind jetzt die ganzen will das gelöte hallo und das natürlich in helse als gas gas den treffen natürlich nicht weil sie jetzt schon und natürlich ist er jetzt noch ein zweiter ja zwei stück schon wieder warum krieg keine köpfe mehr braucht doch nur einen verdammten kopf noch tut mir das doch ein kopf nur noch papa papa und schon nein du sollst da nicht runterfallen jedoch blaze 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 ich weiß das schwert ach da habe ich noch ein pfeil wieder das hört sich immer an aber die katze hat eine katze das katzengeräusch achso das ist noch ein stückchen ne scheiße hi herr blaze na visa kommst du gleich runter gefallen ach da bist du ja hi ein holz ich putte den das einfach mal unter den füßen weg oh passt dann komm runter da du weißt du dich ist viel bist du dumm jetzt hängt das auf den zaun drauf ich muss mein gas freuen hey hier bin ich ach ich hab das fleisch man ist das viel dumm jetzt ist es runter gesprungen die sterben da oben toll wieso springst du da runter die sterben hängt auf den zaun drauf dreht sich im kreis und springt runter ja so normal oh dieses geräusch wenn die melodies gas angeh oh das ist kacke echt so wie du ne doch du musst dich immer beleidigen das magst du ne ja bring spaß bring kein spaß bring spaß ich hab auch gefühle fühle 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 ach du hast keine gefühle ok brauchst du noch nicht oh hallo herr wiser hallo herr wiser na herr wiser wir haben ein dringendes gespräch mit ihnen wollen sie nicht einfach mal ein bisschen näher zu mir kommen ach man ihr schwert jetzt finde ich natürlich wieder keine wiser skelette toll ich finde noch welche nö was siehst du ich glaube man sollte mehr die anderen erwickeln was geil ist dann spawnt woanders einen siehst du da ist das wieder weg ja das ist so nervig ich weiß nicht ob man auf normal mal stellen sollte mehr kommen ich hab ja auf normal ok könnte aber auch nicht wirklich was kannst du ja auch schwer stellen ja könnte ich auch hätte ich glaube ich mit dem stärke getrankt und mit der schärfeschwertkanten kein Problem mit ne ne ehrlich ich stell mir mal kurz ein bisschen auf schwer ja du weißt sie reißen dir das arschloch ne ja du mich auch die stehen darauf dir das arschloch aufzureißen ist auch schon offen je danke du bist so ekelhaft ne ist doch so ich weiß ja nicht wo du raus machst ah 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 ja ja nicht so n hismos ne braune wurst aus dem mund ja das musst du lecker da wird denn da die wir sein gebaut ihr müsst ich ja ich bin auch nein muss mich nicht ist das durch die wand gepackt eben oder was habe ich verrecken lassen ich glaube ja verrecken lassen auch schwer ging ja ganz schön schnell eben drei röse ich glaube da hast du auch auf schwer gestellt jetzt glaubt das wollen sie auch noch mit einem schlag weg ich glaube die sparen doch noch ein bisschen besser dadurch aber das heißt es jetzt auf den sack geht die blazes auch da bin ich einfach reingerannt heben kommen wir da kommen die schießen öfters die scheiß blazes ja ja dreimal eigentlich eigentlich schießen die immer nur dreimal nein die schießen aber also die haben ja sonst immer lange gewartet bis sie wieder geschlossen haben jetzt schießen stelle dich mal nicht so an doch nein ich hätte mir feuer resistent machen sollen hier mache ich auch noch zu eine minute 23 nur noch menschen mein stärketrank ich mache sofort den neuen rein und dann habe ich nämlich nur noch ein ich habe jetzt den letzten auch eingehauen ja halt der noch länger dann eigentlich zack weg damit auf die noten habe ich gesehen müsste ich eigentlich auch wieder raus obwohl ich krieg die auch so gekillt ja klar aber im stärketrank einfach und dann ist tot kann das sein dass die gas weniger geworden sind dadurch auch schwer ich glaube ich habe ich gerade keine gas mehr ich hatte gerade noch gas ja aber scheinen ja auch zu weniger zu sein dass die anderen jetzt mehr spawnen dadurch kann sein ja geronimo wieder auf einer seite alle viele viele sporen auf einmal hier zwei vor mir so schön mal spawner ausgeleuchtet so habe ich den spawner von den blaze ausgeleuchtet weg 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 von mir weg von mir was denn los flächer ich glaube die schweine sind auch mehr gespawnt jetzt die piks hat ja jetzt ist da wieder ein gast aber bis jetzt habe ich noch kein neukopf mehr nein du triffst mich nicht du triffst mich nicht sterb sterb ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne centus und mehr ich glaub ich krieg von weniger feuerschaden jetzt mit einmal nein das hat es untergeboxt trotzdem spawnt irgendwie nicht mehr schöner gas alter ach ich dachte das wäre ein kopf gewesen den ich vergessen hätte war aber nur ein stück kohle was auch schwarzes wasser am drehen war aber du solltest nicht so viel denken kannst du nicht vier minuten ach ja ich hab dich auch gern ja ich weiß nein 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 ne boah ey die köpfe sind so scheiße zu kriegen mein gott was für ein erfolg gar kein ja nee was für ein erfolg das ist dass wir hier haben müssen also eine aufgabe ja irgendwie spawnt bei mir schon wieder komisch und ich habe schon auch schwer gestellt oder welche wieder auf ihn friedlich einfach normal schwer aber kurz auf easy machen sagt jetzt habe ich noch mal dann können wir nicht noch mal neu spawn also auch schwer gemacht ich habe einfach einmal nur friedlich gestellt und dann noch mal auf schwer wieder weil dann können die aber erst mal so aus dem menü raus dass sie dann weg sind und dann danach neu spawnen können aber sonst oder schwelle ich zu lange oder auch nicht wirklich lonelute der fleisch hat doch einen schaden habe ich nicht doch ich setze sterben nee du gehst sterben doch ich glaube ich bin sieben lonelute lonelute nach oben was lonelute nein lonelute auch in der im finger ich weiß nicht alter nein hey komm mir ist gerade ein place abgetaucht hey 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 Nein, ich brauche hier einen echten Schwert mit Loot drauf. Looting, ja. Hat aber auch nicht viel gebraucht damals bei mir. Ne, ne? Oh, weil du es so schnell verloren hast. Ja. Weiter. Das ging viel zu schnell. Wow. Hi, Skelet. Autsch. Vielleicht müsste man auch die Pigments einfach hier töten. Ah, kann nämlich sein. Ich glaube auch. Oh, ihr scheiß Dinger, ey. Ich glaube, ich greife die jetzt auch an. Hi, Pikman. Ohne Witz, ey. Vielleicht spawnt er wieder neue Monster, weißt du die? Du musst jetzt nur mehr aufpassen. Ja. Alter, Blaze, Blaze. Zwei Wizard, Blaze und Pikman, ey. Ja. Hier ist es auch nicht besser. Oh, oh, oh. Autsch. Nein, ey. Nein. Haha. Wo kommen die jetzt alle her? Wo kommen sie her? Wo kommen sie her? Die Pikman sind so dämlich. Wollen die mich angreifen? Die rennen da erst mal runter. Nein. Sterb. Gut. Jetzt muss ich auch noch was essen. Weil sonst bin ich gleich tot. Und ein paar andere Tränke auch noch. Nein. Bist du tot? Ja. Cool. Und jetzt müssen wir gleich beenden. Hier schon mal aus dem Spiel. Ja. Ja. Ich finde es geil, dass du schon wieder tot bist. Ich muss mal gucken, was ich für eine Regeneration dritte lang brauche. Für einen starken. Jo, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.